Hier passiert gerade, dass die Arbeitgeber uns verarschen wollen und wir ganz klar sagen, jetzt sagen wir mal klare Kante. Wir sind hier, um unsere Lohnforderung durchzusetzen, die meines Erachtens mehr als gerecht ist. Wenn man so die Lebenshaltungskosten anschaut, also meine ich 5 Prozent sind mal gerade genug. Man kann nicht immer mehr Leistung bringen und immer weniger Geld bekommen. Wir wollen am Leben fair teilhaben und wir wollen auch unsere Verhandlungsführer unterstützen und ein Zeichen setzen, dass in dieser Richtung auch sich was bewegt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde glaube ich hier veräppelt von Arbeitgebern. Es kann eine Nullrunde, das ist ein Minus und ich kriege im Endeffekt weniger und nicht mehr und es wird Zeit, dass wir mehr kriegen. Es wird wirklich Zeit. Wir kriegen ja zur Zeit eher weniger als andere Branchen und dann kann man es schlecht fordern. Wir möchten Facharbeiter, wenn man gar nicht bereit ist, dafür zu bezahlen. Wir wollen mehr Geld. 40 Jahre hat kein Streik mehr hier stark gefunden bei Hülster und in der Holzindustrie und 500 Leute sind hier. Da ist auch keiner, der nicht mitmacht. Es ist alles mobilisiert, also die Arbeitgeber können sich auf alles einstellen. Hier geht das nicht, dass wir uns wieder an den Lohn rangehen. Wir arbeiten dafür viel zu hart und wir arbeiten eigentlich auch gerne und wir wollen dafür auch die fünf Prozent mehr sehen. Als ich mich dazu entschieden habe, Tischler zu werden, war es halt von allen, was man gehört hat, da verdient man doch so wenig und das lohnt sich nicht und in anderen Berufen, da verdient man mehr und es ist ganz klar, dass es einen Fachkräftemangel gibt. Wir fordern jetzt fünf Prozent. Warum fordern wir das? Weil ich bin jetzt 30 Jahre in der Möbelindustrie und seit den 30 Jahren hat sich der Lohn kaum gestiegen und deswegen die fünf Prozent, weil das ist ja nur ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein. Das Angebot bis dato ist ja so bescheiden wie das Wetter hier heute. Wir bauen hier hervorragende Küchen, wir bauen ein Premium-Produkt und die gute Arbeit sollte auch dementsprechend honoriert werden. Wir sind hier in Warnhof, bei dem Warnhofer Küchen GmbH. Wir machen gerade einen Warnstreik, weil in den letzten Jahren das hier gar nichts mehr passiert, wegen Tariferhöhung und alles wird teurer und auch für die Auszubildenden ist es gerade auch schwer, selbstständig zu werden und man braucht überall, muss man ja ein Auto haben, sag ich mal. Das kostet alles so viel Geld und wenn man auch noch eine eigene Wohnung haben möchte, das kann man sich als Auszubildender auf jeden Fall nicht leisten. Azubis sind unser Nachwuchs, unsere Zukunft und wer verzichtet schon gerne auf seine Zukunft. Das Angebot der Arbeitgeberseite ist für mich eine Unverschämtheit. Es ist DEMA wie ein Kaugummi und das wollen sich die Warnhofer nicht gefallen lassen. Wir haben eine gute Qualität und die sollte man sich auch bezahlen lassen. Ich glaube, es geht hier schon um das Eingemachte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jeder von den Kollegen hier am Ende des Monats noch so viel Geld über hat, dass er da noch reichlich auf die Ohrkante legen kann. Die Stimmung unter den Kollegen ist so, dass alle Kollegen an einem Strang ziehen, sehr eng zusammengerückt sind und zusammenhalten. Also die Beteiligung fand ich ziemlich gut, dass auch so viele wirklich mitgemacht haben, auch dass alle Auszubildende dabei waren. Also fand ich ziemlich gut. Vielen Dank.